In den 80ern war Brooklyn noch cool. Aber nicht für Chris Rock. Ich prügel dich so windelweich, dass du nicht weißt, ob du Männlein oder Weißlein bist. Du gehörst nicht hierhin. Wieso nicht? Du bist wie Bitterschokolade auf einer Bratwurst. Hau! Gott, sieh auf mich! Und die? Und die? Hätt'n, dass du es morgen nicht schaffst. Die schaff' ich leicht. Ja, nur setz dich mal hin. Alle hassen Chris. Heute, 17.30 Uhr. Auf Comedy Central.